Die sind alle schrecklich, ey. Ohne Witz. Weißt du was? Was heißen das? Hast du etwa schon Erde abgebaut? Nein! Ich auch nicht, nee. Das sah nur so aus. Geht's jetzt echt schon los? Ja, Tatsache. Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent. Nach meiner Begrüßung. Hallo, Leute. Ja, hallo. Ja, hallo. Oh, okay. Beste Anmord ever, komm her. Das holz, los, den zu holz. Und dann die Erde, ja. So, jo, Leute, wir sind wieder Tegaw und Jimmy. Guck mal, da ist das Schluch. Yay. Ja, wir machen... bei so einem kleinen PvP-Event mit. Ja, das ist jetzt gerade, wie ihr es gleich seht. Wie wir alle einfach hier in Folge bekommen. Das ist voll cool. Und wir werden das jetzt erstmal kurz gewinnen, würde ich sagen. Jo, erstmal schwer machen, alle kühlen. Läuft. Also ich würde direkt in die Erde gehen, oder? Jo. Erstmal ein paar Sachen holen und dann den Plan du. Die sitzen einfach zum Ende der Welt drin, ne? Ne, das End brauchen wir nicht, weißt du. Nein. Nein, ja nur an den Rand. Schon klar. Wir gehen gleich in die Schlucht runter, da ist Kohle und Eisen. Ach, ich hab Kraft in der Eben nicht sitzen. Machen wir schon mal ein Schwert und so. Ah, nein, das ist ja unnötig, was soll's. Dann fang schon mal an, mit Stein abzubauen. Mit Stein abbauen, meine ich. Boah, da hat einer schon zu den Waffen. Oh, die fahrt. Da hat sich wahrscheinlich ein Holzschwert gemacht, oder so. Boom. Ah, hier ist Eisen und so. Oh, hast recht. Ich bin hier. Boah, hab ich mich erschreckt, da war eine Kuh. Ich glaube, er hat jetzt vergessen, auf normal zu setzen, oder? Ja, hat ja. Ich glaub auch, man kriegt keinen Hunger, ne? Ne, das ist cool. Aber wir töten die Kuh mal, bevor es wieder, bevor es bemerkt. So, ich mach mir erstmal steinschwert. Ja, mach mir auch mal gleich eins mit. Okay, hab zwei. Okay. Äh, du hast jetzt einen Timer gesetzt, ne? Ja, warte. Oh, den muss ich ja vielleicht noch starten, ne? Äh, da war ich einfach mal zwei Minuten weg. Mhm. Und start. Gut. Weil, ich weiß es nicht so hundertprozentig genau, weil ich vorher schon ein bisschen aufgenommen hatte. Ein paar Minuten. Also, ähm, so. Erstmal... Ist unten noch eine Höhle? Oder ist da nur die Schlucht? Oh, gut. Äh, ich glaub, da ist nur die Schlucht, aber die geht noch weiter rein. Okay. Oh, ich hab mein erstes Eisen. Ball, ich komm runter. Jo. 31 Holz reichen erstmal. Oh, ich hab auch noch was. Aber nicht viel. Hier ist noch Eisen. Gib mir mal schnell mein Schwert. Ich hab Angst, dass da jetzt jemand kommt. Dankeschön. Ich will ja nicht den Brammen machen. Genau. Aber ich bin eigentlich auch gut, ganz gut in Handkills. In Handkills? Ja, einfach Leute mit der Handklappe schlafen. Mein Mann ist der Mann schon hier, Leute mit der Handklappe tot haben. Okay. Also, hier... Alter, wir haben hier voll viel Eisen. Das ist sehr gut. Nee, die sind alles schon so weit weggerannt, hab ich irgendwie das Gefühl. Oh, ein Eisen, das hat sich gelohnt. Warte, da drüben war noch welches. Komm mal mit. Ich hab schon sechs. Ich will zwei Schwert haben, die schon mal... Nicht spitz. Nee, kein Spitz, okay. ja und wurde schon noch weiter ein Ding ist, an der World Border könnten wir uns dann ja Hochbau und da so eine Basis machen weil dann könnten wir ja auch mal von einer Seite nicht kommen hm na warte lass hier weitergehen, da ist ein bisschen gedeckter Kohle hab ich schon genug, ich hab 22 Kohle äh, hast du den Crafting Table mitgenommen? ja hab ich kannst du ihn mal kurz setzen danke schön warte lass uns auch gleich einfach runtergehen kannst du mir mal drei Steine geben okay, gut danke den Crafting Table möchte ich grad uns schon mal runter ja okay, äh, Night Terror ist aber schon die haben schon geschmolzen ja, die haben schon geschmolzen ja, die haben schon geschmolzen oh, dann können wir auch machen warte, nimm den Crafting Table mit ja, ja, hab ich schon äh, dann lass uns auch ein paar Steine braten, dass wir hier ein bisschen zu machen können ach scheiße, dies bau einfach drum rum, bau nach links warte, hast du den Crafting Table? ja, hab ich da drin warte, mach den Ofen, mach den Ofen hier hin mach den Ofen hier hin mach den Crafting Table da hin ich will jetzt nicht sterben, ich will einen Reinfall oh, cool die erste Folge direkt tot kennt man ja von gewissen Leuten ähm ähm ja ähm 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 ja wir wollen hier jetzt keinen erwähnen Jules TV ähm ähm ach, hier geht's schon weiter runter ja, das ging doch mit der Hand ganz gut es wäre gut, wenn wir jetzt schon, äh da, hier ist noch Eisen eine Höhle finden würden direkt ja, wenn ich dann einfach Stripe meinen, ne ne Stripe meinen, das ist ziemlich unnötig, finde ich da findet man nicht wirklich viel ja, aber jetzt schon anfangen, einfach in der Erde chillen gib mir mal da das Ei äh äh ok wir haben 5 Eisen oh, wir sind aber schon die ersten, äh Schmiedekunsten hm hm Tatsache was ist nochmal heiße Angelegenheit? äh bau einen Krufen hm hm kann man ja jetzt auch sehen, das habe ich ganz vergessen hm schon 3 ganze Level cool oh, ich habe vergessen die Kuh zu killen oben höhö wir haben kein Essen egal für die erste Folge ist er jetzt wahrscheinlich eine Jokies-Full ok, ich habe 3 Steine erstmal komm mal, komm mal wieder zurück jetzt machen wir zu boah, warum sagt der das denn jetzt? ist der blöd der ist blöd hundertprozentig für's so blöd oder so so, ah, jetzt haben wir schon ein paar mehr Steine ist uns auch blöd, ok grab einfach weiter runter jaja schon dabei oh, warte, ich mache uns mal bei den Eisenschwertern schon direkt ich sehe nur leider so wenig weil es zu dunkel ist mach mal bitte ein paar Fackeln bei Gelegenheit bei mir ist es voll hell bei mir nicht ich habe irgendwie so einen Dauer-Bug ich habe irgendwie so einen Dauer-Bug, dass es bei mir immer hell ist aha nein, leider nicht oh, iPhone da kann man jetzt auch mal gucken ich drücke FN ich drücke auf Steuer, Steuerung, Control, Alt alt ist wohl Muten, wa? mikrofon muted, guck, da hängt ne? echt so hier ist ein Eisenschwerter dankeschön ich gehe mal direkt auf Diamantenhöhe äh, äh, Diamantenhöhe würd ich sagen und versuchen uns, äh, Eisenschwerter jetzt zu machen ja, Eisenschwerter wenn wir sowieso genug haben bald gehe ich mal start von aus wie war das, Nether war verboten, ne? keine Ahnung da vorne steht ein Nether-Portal deswegen denke ich mal hä? also es wurde gesagt, dass Nether verboten ist, glaube ich bin zu doof, egal warte, gib mir mal das eigene dann kann ich den schnellsten warte, kurz, ich baue noch den Rest ab ja oh, jetzt hat mir Joel's TV was geschrieben was man eigentlich dann nicht äh, scheiße egal was denn? er hat mir grad geschrieben, wo ein Stronghold ist ok also nicht der Stronghold, sondern wie ein Schach also ok so ich mach schon mal eine Brustplatte ich bau dir eins einfach noch mit Kommen zu taktisch schlau aussieht ja, wir haben ja oben eh mit Steinen zugebaut das dürfte man eh nicht finden du darfst, du darfst nur nicht vergessen, falls man auf die Koordinaten guckst die dann nach unkenntlich zu machen ok 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 naja, sicher ist sicher würd ich sagen ja äh, was war die Höhe? 14, ne? oder 13? ab 13 oder 12 ja, 12 äh, so, ich mach dir jetzt auch nochmal einen Postpanzer hast du schon so viel Eisen? ja, wir haben immer noch mehr Eisen ok, das ist gut soll ich mir jetzt auch für 12? oh, Junge guck dir mal den Chat an, wie viele äh, wie viele Schiefmünster einfach sind hui doch bitte, liegt hinter dir was aufgesammelt so, ich will jetzt so schnell wie möglich eine Höhle finden oh, hast du ein Crafting Table mit? ich find's blöd, dass man die Archive nens sehen kann stell mal vor, du findest Diamanten, dann sehen das auch die anderen ja, ist echt blöd aber nur beim ersten Mal äh, hast du den Crafting Table mit? ne, da ist da oben froh gleich die Sachen toll, wie viel kultiviert aufs Mahl gestellt super, wir haben nicht mal Essen dabei ja, am Arsch habt ihr die Arsch die haben doch keine Gias die lügen ja, schon klar sonst wird das doch angezeigt im Track, wie du eben gesagt hast ja ok, jeder von uns braucht eine Eigenspielsacke ok, jeder von uns braucht eine Eigenspielsacke warte mal bis das fertig ist und dann bringen die Sachen mit und dann baue am besten die Fackeln ab und baue so ein bisschen noch zu so, dann machen wir schon mal Eisenspielsacke ne, mach keine Eisenspielsacke zu spät lass uns eine machen, sonst kann man ja keine Gias abbauen ja doch stimmt, das macht Sinn ich würde mich direkt auf volle Rüstung gehen ich hab noch genug für eine rote für mich ja, dann mach dir schon mal eine ok, ich hab schon eine Hose ok, hab ich so, zwei Minuten haben wir noch also, das werden immer so 15 Minuten Folgen sein, denn länger dürfen wir nicht aufnehmen und äh, es gibt keinen festen Tag, wann die Videos bei mir kommen wollte ich nur mal gesagt haben irgendwie auch nicht bist du, bei dir hast du einen Uploadplan? ne ne, ok also, wir haben schon einen Uploadplan, aber äh ich hab schon eine Hungerkeule verloren da hab ich das halt ich hab auch schon anderthalb weg jup, die haben Diamanten das ging schnell das ging wirklich schnell naja, solange sie uns nicht finden ah, Redstone bau mal ab, damit du ein paar Level bekommst oh, ich hab auch schon Redstone oder ne Falle warum sollte hier ne Falle sein? nein, ne Falle bauen ach so komm mal schnell vor und bau die ab, wir müssen mich gleich lieben ja wollen wir einfach direkt danach noch ne Fall rauchen? ja, können wir machen uuuuuh uuuuuh du hast fast vergessen uuuuuh ich bin aber, ich hab schon ziemlich viele Level ich habe erst zwei ich hab jetzt gleich sechs sehr gut warte, ich baue hier oben nur Kraftentabling äh, bau nochmal die Kohle ab, die bringt auch Level hup, ich seh keine Kohle da, wo die Sweatstone war okay oh, wir müssen runter dann sehen wir uns nächste Folge tschüss